Zeit, dass du kommst, Mann. Kommt der Boss auch noch. Ich bin hier wohl nicht mehr genug. Was er hören muss, hört er. Das ist nur die letzte Woche. Haben drei Itaka aufgemacht und einen Döner. Den besuchen wir am Samstag. Wenn ihr mir Moabit gebt... Davon reden wir jetzt nicht. Du gehst zurück ins Office. Ümit braucht eine Bürokraft. Du weißt, was er dir versprochen hat. Aber der Wind hat sich gedreht. Versprechen sind da, dass wenn sie helfen... Aber nicht. Wir brauchen dich im Kabuf. Ich hab den Wedding erst klar gemacht. Ich hab ihm mir Zutritt verschafft zu Serkan und den Arabern. Das war unser Deal. Ich hätte es auch anders durchgezogen. Hättest du gleich gesagt... Wusstest du die ganze Zeit verschallt, ha? Wir haben halt mal drüber geredet. Wir haben halt drüber geredet. Aber Arsch auf, Mann! Ich hab meinen Bohlenschwager vier Wochen zugelabert, dass er Kohle von uns nimmt. Ich hab vierzehn Ecken abkassiert. Tag und Nacht. Und hab für Ümit gebabysittet, während er ins Atem ist zu seinen Huren ist. Ich bin für eure Drecksbande zehn Monate eingerückt alt. Weißt du das noch? Weiß ich doch. Ohne dich wär Ümit nicht da, wo er jetzt ist. Aber du bist wohl bekannt. Hast einen Schwager bei denen. Und bist zu laut. Du gehst in die Orga. Bleistift anspitzen. Bisschen Telefon. Das war's. Ich hab euch mein Leben gegeben. Bitte, Mann. An deiner Stelle würde ich jetzt das Maul halten. Bist du mit uns? Oder gegen uns? Mit euch. Das war's. Danke. Vielen Dank.